Ja, und wir hören aus der Kunde die Fanfare-Trecke. Na, wisst mal, des Ganzen hier nur unseren Fanfare-Zug und den Erleitung vom Ludwig Rohrhalter. Wenn du auch Schwenker-Jugel von Jürgens guckst, dann seht ihr immer die Fanfare-Trecke. Also da ist jetzt hier einiges gelohnt, bis wir die Strecke nachschwimmen. Viel Glück! Und was du doch schon habt, hier gerade eure Weihnachtszeit noch mit den Fall zu zutaten. Heute wieder noch da weiter den Eindruck. Letzten Wochen los. Das ist unser Kollege St. Böder, der Landtag, der wir im Korb auf der Straße stehen. Dann hätten sie das mit der Suche gekriegt. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.